ja ich überleg grad noch wie ich die zent mach ich zeig dir mal meine ideen mach einfach jeden zweiten ja warte ich zeig dir mal meine ideen alter sind jetzt viele mobs gespawnt ja ganz viele mobs weißt was der plural von mobs ist ja äh nee lass das mal oder zwei wobei doch mach mal eigentlich im prinzip fällt ja nicht so auf doch mach mal ruhig aber dann ist es halt nicht so hoch jetzt ja mach das mal so ich bin schon wieder untergefallen ich bin doof ich bin du kannst nicht ausdrücken ich werde nix sagen alex aber im gegensatz zu dir kann ich wenigstens gerade sätze bilden hat sein internet hat mal wieder geleckt natürlich habe ich noch stein ich will zick alex nein mach ich nicht boah ich muss was mhm das ist doof was denn der abstand warum na guck mal da mag es nicht mit den drei ja mach doch mach das doch nicht mit den ne hier weil das sonst wenn ich immer meinen abstand wird das nicht hier passen ging ja auch mit treppen eigentlich ne würde auch gehen ähm und willst du es vielleicht willst du nicht einfach die 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 slabs weglassen soll ich weglassen ja du musst nicht aber das war ja meine frage ich würde sie nicht unbedingt benutzen ehrlich gesagt ja na gut aber sind die da nicht ein bisschen zu hoch jetzt na komm mal von unten sonst siehst du ja nicht mal mehr den unterschied oder so gleich ne komm mach mal so wie ich mach mal so wie ich es hab komm ja gut wenn wir sehen dass es scheiße aussieht dann äh ändern wir es halt wieder dein teil oh äh zombies ist unser weg wo ein creeper battled in meinem pool wer läuft ein zombie rum mit einem block in der hand äh was geht ja äh was äh seit wann ist das so was der zombie läuft den weg hoch hat einen block in der hand und ist irgendwie schlau ist er das was hat denn block in der hand vor allem wir kriegen den block nicht zurück obwohl wir ihn getötet haben doch ich hab ihn achso hä Was hatte der denn? Grasblock in der Hand oder was hat der denn? Ne, 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 äh, ja. Oh, der eine hat einen Eisenschwert in der Hand. Uh, das weiß ich. Ich hab so lange nicht mehr Minecraft gespielt, ey. Vor allem, der ist genau in seinen Erdweg hochgelaufen. Naja. Ja, so schlau sind die ja jetzt. Ja, ich hab lange nicht mehr Minecraft gespielt, deswegen gesorgt habe. Ja, kein Ding. So. Zufrieden? Äh, halb. Warte. Warte. Ey, hier hätt ich halt den Dreierabstand, guck mal. Machst du jetzt immer einen Einserabstand? Alter, was war das? Irgendwer hat was in die Luft gejagt. Mach's doch so einfach. Oder? Nö. Ich weiß nicht, der wusste ja nicht, dass du einen Einserabstand machen willst. Achso, ja, doch. Ja, weiß ich nicht. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder runter? Ähm. Geht das immer nur über die Erde? Aber im Prinzip, äh, wollen wir dann die Türme weglassen oder wie machen wir das? Ja, ich glaub, dass das halt ein bisschen Abwechslung ist. Jetzt hätt ich halt hier noch so Türme hingebaut, aber... Ja, wie willst du das machen? Äh? Ähm. Ah! Vielleicht... So, warte mal, lass... Ich probier mal kurz einen aus, ne? Okay, ich baue mal den hier weg. Den anderen auch, weil der ist eigentlich hässlich gewesen. Ist das... passt das? Ist das symmetrisch? Nee, ne? Ja. Oh, ich bin nochmal kurz weg, ne? Ja, Alex. Dein eigener... dein eigener Baumbereich. Hey, Hafti, Baumbereich. Hä? Was? Hast du ja doch von Haftbefehl geredet, Alex. Nein. Hast du nicht eben... Der hat doch eben gesagt Hafti, oder? Ja. Ja, Hafti. Also, meinst du mit Hafti jetzt deine Haftpflichtversicherung? Ja, ich muss meine Hafti noch abschließen. Okay. Also, ihr wisst ja alle, Alex ist ein riesen Fan von Haftbefehl. Ja, aber wirklich, das ist kein Scherz jetzt. Ja, ich mag das wirklich. Alex ist doch, äh... Hier, Chabos wissen, wer der Barbos ist. Äh, Chabos wissen, wer der Barbos ist, genau. Chabos wissen, wer der Barbos ist. Chabos wissen, wer der Barbos ist. Das ist doch dein absolutes Lieblingslied, oder? Das ist Top 1 in den Charts. Das ist besser als Madonna. Ja, ich muss sagen... Ah, ich werde angefressen von hässlichen... Von wem? Hässliche Menschen, Alex. Ich glaube nicht, dass hässliche Menschen dich wollen. Bei denen bist du noch zu hässlich. Also, du kannst es mit denen versuchen, die sich nicht mehr sonst auf die Straße trauen. Alle anderen, ähm... Naja, wenn du meinst. Interessant. Das ist der Wahrheit, Alex. Das ist dann wohl der Wahrheit. So, und da bin ich dann wieder? Sehr schön. Da bin ich dann wieder. Oh. Äh. Ich hab nur noch 44 Steine hier. Ich geb's dir dir mal. Viel Spaß damit. Ich, äh... Lass dich da jetzt mal bauen und schau ein bisschen zu. Okay. Bzw. ich geh mal runter und guck mir das mal an, wie das so aussieht. Aha. Achso, generell würde ich demnächst mal gerne diese kompletten Erd- und Wolldinger da, äh, abmachen von der Mauer, womit man da immer rüber gehen kann, weil da können nicht nur Menschen, sondern auch Zombies drüber. Und außerdem sieht das scheiße aus. Ja. Ich seh so scheiße aus. Fast so scheiße wie Alex und wer schießt da mit Pfeilen auf mich? Hehehe. Ohne Witz. Ich kann sie aufsamen, also war's ein Mensch. Nein. Alex. Es ist eine Unverschämtheit. Wenn der schon so komisch lacht. Pascal. Ja? Wieso schießt du mit Pfeilen auf mich? Hä? Hä? Was? Warte mal. Wo ist denn der Alex gerade? Er hat doch noch so komisch gelacht, Teubo. Ja, ja, aber wo ist denn der Alex gerade? Wer hat gelacht? Das war eigentlich genau aus Pascals Winkel. Weiß aber nicht. Ja. Nein. Alex, wo bist denn du gerade? In meinem Haus. Ja, ja, ja. So, ich baue jetzt hier mal so irgendwas hin. Naja, wie auch immer. Glück gehabt, Alex, sage ich da jetzt mal. Ja, Glück gehabt. Was ist? Was ist dein Problem? Hä, ich habe kein Problem. Wo kommst du gleich ein Problem? Hab dich geschossen oder so? Hättest du das wirklich von mir gedacht, oder was? Ja. Dass ich auf dich angeblich schieße? Ja, absolut. Total. Oh, sieht das schön aus. Es gibt ehrlich gesagt kaum Personen, denen ich das mehr zutraue als dir. Was sieht schön aus? Wovon redest du? Ich weiß es gerade auch nicht. Der klettert schon wieder hoch. Gebt ihm auf die Fresse bitte, wenn er kommt. Kallebach. Kallebach. Ich bin hier. Hallo. 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 Hey. Hallo. 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 Das war nicht nett. Oh, Pfeile. 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 Da sind die Pfeile hin. Oh, oh. Da war noch ein Headshot. Da, 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 da. Pascal. Ja. Tu mir deine Pflicht bitte. Was? Nein. Sehr gut. Oh. Auf die Welt. Wo ist die? Ja. Was sagst du so von der Höhe von den Türen? Hey, Teuvo. Ja. Hier ist ein Loch, ne? Ganz nach unten. Unter Sand. Und er springt genau da rein. Noob. Ähm. Viel zu tief. Zu tief? Noch höher? Ja, mach die ein ganzes Stück höher noch, ja. Du siehst die von unten kaum. Oh, okay. Und ich muss das Holz hier abbauen, weil sonst ist das hier voll im Wild und sieht voll scheiße aus. Da musst du aber noch ein paar Bricks machen, oder? Also, wir brauchen dann noch ein paar Bricks. Ne. Das finde ich jetzt nicht okay, ne. Ich habe jetzt gerade nichts mehr, aber ich habe vorhin aber voll viel in den Ofen, von daher, das sollte eigentlich durch sein. Ja, weil ich habe ziemlich nichts mehr. Achso, alles schon weggeraucht? Ja. Kein Stoff mehr. Ach Gott. Da mal nix. Äh. Bitte nicht. Hallo. Hör auf. Weg. Hauptsache, ich gucke mir gerade hier so die Kisten an und der, äh, hör auf. Ja, der hat Angst, dass du dir die Kisten anguckst und vielleicht siehst, was er da so alles reingetan hat. Der versteckt da mal seine Drogen drin, muss man wissen. Hör auf, okay, hier. Äh, was wollte ich jetzt? Äh, ich brauche. Wie macht man sich denn diese, diese... Geht gar nicht, Alex. ...falltüren da? Gut, ich hole mir dann mal die Steine drauf, ne? Naja, klar. Äh? Nimm die ruhig, tu so, tu so, als wenn es alles dir gehört, klar, du musst nicht fragen. Achso, ja? Oh, jetzt war ja alles. Na, Spaß, klar, nimm. Wo ist denn der Alex gerade? Keine Ahnung. Aber grüß ihn von mir, wenn du weißt, was ich meine. Hast du das nicht, Alex? Das ist gerade. Ah, da unten. Ziel ist es, Alex' Rüstung schnellstmöglich kaputt zu machen, ohne ihn dabei zu töten. Ich habe nur einen Schneeball abgeworfen. Na, sehr gut. Wer hat... Alex? Leute, wie macht man diese Falltüren? Was hat er gemacht? Steine aus dem Ofen genommen. Boah, Alex. Da sind nur noch zwei Steine... Drei Steine... Alex. Sechs Steine drin oder so. Ich habe damit nichts zu tun. Eh nicht. Alex, du lügst. Ich glaube dir nicht mehr. Ich glaube, bin ich richtig. Ja? Ja. Wie hast du genommen? Eh, zwei Stacks. Ja, 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 zwei Stacks, ja. Kannst du dich auch selber anbauen in deinem eigenen Scheiß-Ofen, ja? Na, komm, drei Stacks. Reichen drei Stacks, ja, ne? So, ich brauche jetzt mal Gloucetown. Dann gehst du bitte in den Nether oder guckst, ob wir noch genug Dast haben, um Blöcke zu machen. Ich gehe jetzt lieber mal in den Newspin. My head right round, right round. Bereich. Ich gehe jetzt gleich. Ah, yeah. Also in die, äh, in die Psy... Ja, in die Psychiatrie. No, diese Fächer kraft mich gleich an. Ja, gleich. Mann, sieht denn die hässlich aus, ey. Die haben voll dicke Ohren. Alex, was hast du gegen dicke Ohren? Loll, wie der aussieht, ey, wie geil. Alter, wie geil der aussieht. Was redest du? Von den Skins, von den, äh, Loll! Das warst du! Von den, äh, Loll? Boah, toll, wo du kommst da jetzt nicht mehr in den Portal, ins Portal rein! Nein! Ach komm, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Will ich aber nicht mehr. Danke. Alles, was du jemals wieder in diese Dimension willst, ich töte dich. Was, du bist immer voll gemein! Ich hätte nie von dir weinen! Nein, komm, sammel deinen scheiß Glowstone jetzt auf. Scheiß? Ich meine deinen extremen, nein, sammel deinen extremen nützlichen und für uns wichtigen Glowstone auf. Glowstone ist eine Infrastruktur, ist ein wichtiger Baustür. Alex, laber einfach mal an. Nicht so viel, scheiße, bitte. Ja. Weniger reden, weniger stinkt. Mehr denken. Mehr stinkt. Weniger stinkt. Ach, Alex. Weniger stinkt, Leute, Kameraden! Ja. Klar. Gen, hör auf. Ja, über was wollen wir denn reden hier? Thema der Woche. Thema dieser Folge. Ja, weiß ich auch nicht. Wärst mit Torwart schon wieder braune Zähne oder so? Was? Das ist ein super Thema. Das mögen wir alle. Sehr gut, Torwart. Gute Idee. Virusprayer, bist du AFK? Nein. Wird mir mal angezeigt. Hä? Hast du zufälligerweise eben irgendwas gelesen? Äh, ja. Gut. Hey, unsere Kartoffeln sind kaputt. Äh, kaputt. Ja, ich... Unsere Kartoffeln sind fertig. Ich mach mal eine andere Stimme fürs Farm. Wieso? Ey, ich hasse es, so ist ein... You don't have permissions. Ja, aber das kommt davon, wenn du commands eingeben willst. Warum? Was willst du machen? Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas schreiben. Achso. Ja, ist jetzt doof. Doof gelaufen. Gast! Hä? Hä? Bis in ein Restaurant oder ein Hotel oder was? Ein Gast. 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 Aha. Ich glaub, du bist schärf. Er weint mal wieder. Ja, gibt ja auch genug Grund, Alex. Wenn er dich sieht, das ist ja klar, dass er dann versucht, das Bild mit den Tränen zu überdecken. Wer der Babo ist. Komm her. Komm her, Hafti. Hafti, weiß... Ich hab grad irgendwas mit Babo gesagt. Hafti. Er hat irgendwie gesagt, Hafti, komm her, du weißt, wer der Babo ist oder sowas, hat er gesagt. Alex. Äh. Wann siehst du hässlich aus wieder?